Norddeutscher Rundfunk 2021 Lass sie in Ruhe! Und wer will mich aufhalten? Na, ich! Oh Gott, Hundchen! Mach mich schon mal bereit zu verlieren! Lass mich in Ruhe! Ha! Warte! Mit hier bin ich noch nicht fertig! Unbelievable! Wer sind sie? Philipp! Ich dachte, du wärst längst abgeweist! Ich bin umgekehrt, als ich von deinen Schwierigkeiten hörte! Was ist das hier für ein Gang? Das ist ein Geheimgang zum Schutz des Königs erbaut! Folge mir! Ja! Doch! Haha! Zwei gegen eine! Das ist doch nicht gerade fair! Oh! 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 Da ist wohl jemand, der Mode zum Opfer geteilt! Jaa! Äh multiplui! Dürfte ich mir die hier mal ausleihen? Oh! Die müsste wieder mal gestimmt werden! Oh! Was für eine Schweinerei! Auf meinem Boden! Räum hier sofort auf! sie sind überall wo ist der prinz ich dachte du behältst ihnen im auge ich wurde ein wenig abgelenkt der geheimgang und wie bekommen wir es auf ein knopf drücken ein rätsel lösen ein schlüsselloch stacy kann ich mal deine halskette haben es muss eine verbindung geben es ist ein schlüssel aus 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 Wahnsinn! Abgefahren! Na, glaubst du mir nun, Skipper? Juhu! Ich wünschte, Opa hätte das sehen können. Ich wünschte irgendwie, dass es Schokolade wäre. Wahnsinn! Was ist das für ein Platz? Ein Welpenspielplatz! Wow! Ich frage mich, was das ist. Verrückt! Schmeckt das cool und lecker! Ich bleib hier. Weich und kuschelig. Leuchtende Knöpfe, wozu sind die gut? Fantastisch! Juhu! Meine Lieben, meine Lieben, bitte! Von dem ganzen Lärm schmerzt mir schon mein Fell. Hä? Was ist das für ein Platz? Wohnst du hier? Wie heißt du? Ich bin Archibald der Dritte. Und das ist meine Residenz. Schön, dich kennst du denn, Archie. Nicht Archie, mein kleines Dummerchen. Es heißt Archibald der Dritte. Alle Familienmitglieder der Archibald sind Champions. Ich allein habe viermal hintereinander die große Hundeshow gewonnen. Welche Show? Hm? So unwissend. Dein Zuhause ist ganz schön groß für nur einen Hund. Wohnst du hier ganz alleine? Derweilen schon, ja. Meine Geschwister Archibald der Vierte, Archibald der Fünfte und Archibald der Sechste sind auf der Hundeshow-Tour, um pompöse Preise zu gewinnen. Das sind ganz schön viele Archibalds. Theresa, Renee, hört ihr mich? Hey Barbie, was geht ab? Hast du uns etwa vermisst? Wir waren doch nur 10 Minuten offline. Hab ich. Manchmal fühlen sich 10 Minuten wie eine Ewigkeit an. Ich habe herausgefunden, wo der Fehler war. Hast du eine Antwort in deinem Codebuch gefunden? Ich sage dazu nur, manchmal muss man einfach die Perspektive wechseln. Los geht's. Seid ihr bereit für eine neue Spielrunde? Na klar, spielbereit. Willkommen in den Cupcake-Höhlen. Es ist entzündend, dass wir Lamas sind. Denkt dran, wir müssen über den Mixer und an den Zuckerfliegen vorbei. So weit, so gut. Lasst euch nicht vom Streuselregen treffen und schon sind wir da. Passt auf die Bären mit den Cupcakes auf. Barbie, es hat funktioniert. Ja, dein Code war der absolut richtige. Juhu. Na ja, ich wäre nur halb so gut ohne die Hilfe meiner Freunde. Hä? Hey, Chelsea. Mädels, da ist jemand mit dem ich sprechen möchte. Ich logge mich erstmal aus. Toll gemacht, Barbie. Es ist Zeit, das zu feiern. Wir sehen uns. Bis dann, Mädels. Wo warst du? Was ist das? Eine Trophäe. Eine Trophäe? Für was? Die ist für jemanden, der mich inspiriert hat, über den Teller ranzuschauen. Wer war das? Du. Ich? Wirklich? Ja, wirklich. Oh, toll! Weißt du, was außerdem toll ist? Nein. Was? Was? Just Dance. Was hast du von einer Runde? Adam, Z, N, Z, I, W, X, D, Z. Game Over! Das war's. 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 Das war's.